Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 1 of the Last Chapters. Ja, wir haben letztes Mal diese Hobbits, wie ich sie nenne, kaputt gehauen. Im Duell, ja nicht Duell, aber halt im Wettlauf gegen Whisper. Und ja, dann machen wir jetzt mal weiter mit den Quests. Ja, wobei, ja doch, machen wir erst die Quests. Und dann... Ach, jetzt sind hier schon wieder solche Räuber. Was sind... das? Ich hab keine Ahnung. Sind's wieder? Nee, das sind andere Käfer als sonst. Natürlich, und die haben irgendwie dieselben Geräusche. Das selben... Da sind die ganz normalen Käfer. Boah... Kann man nur so herzlos sein? Oh, mein Käferchen. Aber ich muss sie leider kaputt hauen. Tut mir leid, Käferchen. Oh, was hast du denn gefallen gelassen für mich? Ah, Lebensding. Dankeschön, Käferchen. Du. Oh, mein Käferchen. Oh, der schreit immer so. Oder die schreien immer so. Ich hab richtig leid. Jajajaja. Oh. Okay. Ich glaub, ich war hier oben schon zigmal. Oder nicht? Nee, hier geht's weiter. Okay, okay. Okay. Schlucht. Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Warnung Räuberzollhaus voraus. Ich hau die einfach um, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber bringen uns zum Spaß. Ja. Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Nein. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Oder euer Kopf. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen rüber. Nein. Gebt die Talerchen her und wir lassen euch durch. Ich warte. Kenn ich den nicht auch einfach? Wie viele sind denn da? Ich glaub, ganz schön viele. Schaff ich das? Ähm... Ich speichere mal schnell. Ähm... Yep, yep, yep. Okay, das Bild ist ja immer cool. Okay. Ich hau den einfach mal... Jetzt rein. Tja. Wessen Kopf hängt jetzt? Ähm... Ähm... Ja... Ja... Wieha! Wieha! Das wird gleich wie... Ich kapiere! Ich hab da die Hinsicht. Nirgendwas ist der Busch. Okay, das sind wirklich ein bisschen viele, glaub ich. Egal, das schaffen wir schon. Ähm... Wow. Oh, shit! Ihr Aufgaben ist kritisch. Okay, shit, shit, yeah. Shit, 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 shit. Ach, ich wäre rechmemt. Der nervt mich. Nee, sind doch nicht so stark, wie ich dachte. Oder? Nee. Aha. Schon mal 400 Gold erspart jetzt. Hat sie noch irgendwas Schönes für mich? Please, 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 please. Nee, anscheinend nicht, aber da hat's noch Wächter. Okay, dann machen wir ja schon mal so. Upsala. Das wollte ich nicht. Aha. Das langsam ein bisschen ist kein Problem. Gott, irgendwie sind die wirklich nicht so argstark, wie ich dachte. Ah, da drüben hat's noch ganz schön viel... Egal, das schaffen wir schon. Was? Cool. Der war Wonhead. Der nicht. Oh, was ist das für einer? Ist das da? Oh, ich glaub, das ist der Chef von denen. Sieht den Menschen arg so aus. Ja, ich glaub echt, das ist der Chef von denen. Oh, ich hab den Chef. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel männlicher Bizeps zu benutzen. Männlicher Bizeps. Was ist das? Ihr habt den Status wahrgenommen. Wow. 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 Okay. Autschi. Trumel. Und, und, und. Flammenverstärkung. Oh. Waffenverstärkungen können an manchen Waffen angebracht werden, um diese spezielle Kräffe... Um diesen spezielle Kräffe zu verleihen. Wer da zuerst eine verstärkbare Waffe ausordnet war und dann verstärkt... Oh, cool. Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden. Jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkungen. Also nutzt sie weiße. Geil. Das heißt, dass ich mit diesem Steinchen da eine Feuerwaffe machen kann. Wow. Geil, 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 geil. Noch mit Ruhe. Und. 500 Gold. Auch nicht schlecht. Euer Räuberchen, ihr macht mich reich. Und. Hier auch noch was. Bitte nicht explodieren. Dankeschön. Okay. Ja, okay. Hier gibt's nicht mehr. Nicht mehr. Nichts mehr. Mit Ruhe. Fast übersehen. Und? Und? Stauspitz haben wir. Mal gucken, ob der besser ist. Äh, Inventarfen... Achso, hab ich gerade. Ja, okay. Nein, ist nicht besser. Aber ich versteh immer nicht, warum das mehr Wert hat. Ach, weil das einen Slot hat. Okay. Nee, aber dafür tun wir unser Sternchen da nicht verbrauchen. Nee, nee, nee. Dazu will ich mindestens dieses 48 Damage-Schwertchen da haben. Oder, ja, Breitschwert oder was das war. Ja. Äh, falsch. Ach, da? Ja, doch, falsch. Ich muss, ähm, Karte. Minikarte. Dahin. Was ist das Lila-Name? Mal rausfinden. Mh, 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 mh. Oh. Ähm, wieder anwisschen da. Mist, ich hab's nicht gelesen. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Achso. Geheimraum oder sowas. Oh, warum hab ich's nicht... Oh, so was sind wir weggebrüßt. Äh, 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 äh. Ups, das wollte ich nicht. Shit. Ist das böse? Nicht böse genug? Das ist doch böse, oder nicht? Hallo? Ich futze dir ins Gesicht. Wie kann das nicht böse sein? Nö, 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 nö. Wir machen das so. Ja, was wirklich Böses? Was ist denn was wirklich Böses? Ich hab' keine Ahnung. Äh. Ich glaub, das ist eins nicht, oder? Das ist schon die Eins. Ah, okay. Hm, ja, was wirklich Böses? Ups. Hab' ich irgendwas, was wirklich Böses ist? Ausdrucksmittel-Gesellschaft. Heimlichkeits hab' ich noch nicht. Mist, Mist, Mist. Mist. Verhöh'n. Warte mir das dann mal. Hm, Moment. Ich tu das einfach mal, äh, dahin. Schau. Ist er auch nicht böse genug? Dann eben nicht. Dann komm' ich später wieder. Oder? Ja, wir kommen später wieder, wenn ich irgendwas Böses kann. Ja, und... Ich würd' sagen, zum Greatwood Coolies-Tor. Ja. Kommen wir in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank. Tschüss.